Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und in diesem Game spiele ich Vega auf der Midlane. Mit mir dabei ist der Mark und er spielt Jarvan auf der Toplane. Okay, es handelt sich bei diesem Game um mein viertes Ranked Quali-Game in der fünften Season. Bis jetzt habe ich drei Siege, null Niederlagen und ich hoffe, dass das Ganze jetzt auch so weitergeht. Und naja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Willkommen in der Luft der Beschworen! Wo bleibt denn unser Jungler? Ich hasse das immer, gerade wenn wir Jungler haben. Leona. Solange er braucht. Ne, nicht nur Leona. Hier, jetzt kommt er Hex-Side. Hier, Jungler ist da, aber Leona ist noch nicht da. Dann haben wir einen Trash im Gegner-Team. Das ist assi. Hab ich mal ein bisschen Respekt am Anfang. Aber unsere Kombi ist wesentlich geiler aus von den Team-Fights. Ah, Leona ist außerhalb perfekt. Also, mein Team gefällt mir besser. Also, unser Team gefällt mir besser. Ich meine, die Gegner können nicht allzu viel tun. Wir haben Leona, Reck-Side geht überall ab, ich gehe überall ab, du gehst überall ab, Grace geht überall ab. Gegner-Team, Garen kann nur tanken, Amumu kann einmal stunnen, Maisa kann einen einzigen rausnehmen. Es will, Es will, Es will kann nur Skillshots machen und Trash kann nur hooken. Ich meine, wir haben uns das schon wesentlich besser. Was hat Reck-Side vor? Sehr tanky, die Gegner. Ach, jetzt will er zuerst oben machen. Oh, leu. Das meine ich. Ja, lass ihn doch, wenn er meint. Das ist nur eine kurze Strecke, aber ein kleiner Witz. Ah, jetzt fängt er da oben an. Kommt jetzt noch reiseite ich auf meine Lane? Ja. Reicht noch. Oh, der Gelb kassiert erstmal. Maisa abpusht. Wird es gar nicht erwartet. Fällt es nicht so. Ich werde noch nicht mal mehr schauen, als du. Sorry, Bro. Ey, jump die ganze Zeit ran. Ich mach, gib mir mal seine... seine Dings. Ich glaube, nicht allzu viel. Ich glaube, nicht allzu viel. Das ist nur eine kurze Strecke, aber ein langer Witz. Fuck, nice. In den letzten vier Spielen hatte ich... Bei drei Spielen davon hatte ich das für's Blatt. Das ist geil. Oha, Garen portet sich. So gut. Garen, du kommst gegen mich nicht an, um eins gegen eins. Versuch das immer wieder. Oh, gut Job. Oh, läuft. Läuft super. Ja, das wird das 4 zu 0. Ey, nicht zu schnell, bitte sagen. Nein. Sowas geht immer nach hinten los, wenn du so alles sind. Ich hab's hier auch nicht so einfach, muss ich zugeben. Aber ich mein' auch nur, dass du safe farmen kannst. Ja, ja. Ne, ne, der pusht halt wie groß, aber weißt du. Ja, deswegen kannst du gut farmen. Ja. Naja. Ich bin nicht so der Fan von unterm Tower farmen. Warum muss ich zu oft meine W einsetzen für meinen Geschmack. Wieso, du lässt dich den Tower zweimal anhitten? Äh, du lässt den Tower die Narkast mit den zweimal anhitten, dann machst du und die hinteren Minutes jeweils nur einmal. Und dann kannst du mit der Q auch unterhauen. Das ist nur eine kurze Strecke, aber in meiner Witz. Das lübt doch. Boah. Ach, direkt ist mit dem Tiamat geholt. Nein, ich werde dir leiden. Oh. Normalerweise ist man gar nicht voll. Ah, dann schreibe ich hier gerade. Dammit. Ich muss mal sagen, was das hier zu mir wäre. Über das Bronze eingestuft und nicht über das Gold eingestuft. Warum sollte das? Weiß ich nicht, war jetzt nur so als Fang gemeint. Das ist nicht lustig. Aber stell dir mal vor, ey. Würde ich auslasten. Können wir nicht mehr zusammen spielen auch. Ja klar. Müsste ich halt erst wieder hoch. Wie letztes Essen auch, ne? Wäre aber tierisch nervig. Äh, hier, hier. Mehr geworden ist. Nur mal auf die Map gucken. Ich, ich habe eh null Mana. Also wirklich null. Aber ich muss jetzt noch ne Gneit draufhauen, wenn ich. Ja, habe ich wenigstens ein Assist gekriegt. Wenn wir Garen jetzt gar nicht so schnell gekriegt, hätten wir extra noch gestorben. Ja. Äh, Garen hat noch schon ne schöne Ulti ab. Oh, ich habe wenigstens noch ein Auto-Hit draufhauen. Oh, ist doch gut. Ich hoffe, dass ein Gneit ist, nicht verschwendet dafür. Ich wusste ja, das war ein Kriegen. Gleich werdet ihr leiden. Ich glaube in Toplane, ich habe vergessen wie viel Spaß das macht ja. Aber ich hätte mir den Kill gerne mit der Q geholt. Aber ich hatte wirklich null Mana. Ah, ist safe. Ah. Komm bitte Lollollolloll Ich glaub's nicht Ich hoffe ich steppte ja Wollt noch ne Assist Hast du doch Echt? Ja Ach Tatsache Äh du hast ihn nur noch angegriffen kurz Das dauert relativ lange bis das weg ist Sorry Wir haben ihn noch schnell genug gekillt Warte ich kann in der Zwischenzeit mal schnell weg Wunderbar Na guck 25 Gold die muss ich warten Ah Teleport Ich rieche den Traum Ach Scheiße Ich steigste auch nicht Ja Ja Das sieht gut aus alles Ich rieche die Ich rieche die Ich rieche die Vielen Dank. Puh, wie der mich die ganze Zeit zurückdreckt, ey. Oh, komm, nirg mal. Supportwege. Bitte? Ja, Supportwege. Mhm, genau. Ja, den hätte er mir aber echt mal lassen können, ey. Das hat jeder Blinde gesehen, dass der stirbt. Ich hatte auch Ignite drauf. Ja, das wär 100 pro Miner gewesen. Aber naja, immerhin ist er tot. Das ist die Hauptsache. Lol, du hast deinen Tower ja schon durchgepusht, ey. Was treibst du da? Oh, das treib ich hier. Berserke. Ja, übertreibst du da mal nicht. Übertreib doch nie. Hm. 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 Das ist ja schön, wenn der Gegner so pusht. Kann der Jungler natürlich einen schönen seinen Job machen. Oh, no. Oh, okay, Squeezie. Haha. Juhu. Das ist okay. Jetzt geht's scharf. Jetzt geht's scharf. Jetzt geht's scharf. Das ist ein Blubuff, ne? Oh. Das ist ein Blubuff, ne? Ach, ha. Kann ich meinen Kelchschwung komplett holen? Wie geil ist das denn? Die Magie! Sie ruft nach mir! Ich weiß ja nicht, ob das so alltäglich ist, aber das mache ich als Vega eigentlich immer zuerst. wartet auf mich, ich will auch noch mal ein assist ich glaube ich ihn jetzt plus 60 ich kann die angst in eurem herz weil du seid nicht alle was treibt ihr denn da? ich bin nicht da wo ist Rexheim eigentlich schon hier gestorben? er ist gestorben? ach Rexheim warte, ich hoffe euch warte, warte, wir sind gleich wieder da wir holten euch, ich hab schon einen du brauchst schon einen? ja ja nimm mich ihn gerne ich hab doch schon einen Mist, wär ich mal ein bisschen früher zu euch gekommen ich dachte nicht, dass ihr da reingeht aber ich bin Schafin ja naja, ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet dass äh der Meiserer so einen scheiß Move macht wieso hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht gerechnet aber warum die Chance nicht nutzen, ne? ja ist richtig, lief ja auch ich hatte mein Ulti vielleicht nicht entgegen wenn wir einen Reinfall anzeugen vor Mitte weißt du, wir können ihn killen? öh, ja klar oh lol, Leona geht schon drauf ich hab jetzt eben auf der Karte auf dich geguckt dass die endlich kommt äh, dass du kommst und da war Leona schon mit Ulti da wollt's nur gesagt haben nicht dass es nachher wieder heißt wo warst du denn? das ist nur eine kurze Zeit aber du Mark darf ich jetzt sagen, das wird ein Sieg? ja jetzt bin ich gefiel, jetzt können wir das sagen ne, hier kann wirklich gar nichts mehr schief gehen also das wär'n Witz ja doch, ich renne jetzt draußen mal in die Gegend rein ja genau, fang mal an, richtig zu viel nein, Leona, Mann das kann ja wohl nie wahr sein das kann ja wohl nie wahr sein was ist das für ein Game Sportabäger ja, aber volle Granate ich glaub nächste Runde spiel ich wirklich wieder Supporter ich bin böse ich bin böse hört auf zu lachen ich bin böse da unten geht was ab hab ich mir sagen lassen wow Maxei alter wie careful Speed fuhl hoch hoch und dem mach ich aber wenig Schaden helfer Kommt, den kriege ich. Jawoll. 4000 Gold. Ich muss gar nicht überlegen, soll ich noch weiter auf Schaden gehen? Oh, jetzt kommt Meiserhahn. Geh weiter auf Schaden, weißt du. Nein. Wartet auf mich, Leute. Schick'n Blutdörster hol' ich mir noch. Ich weiß, ich kann's mir leisten, ne? Ne, mein Schaden, der gefällt mir noch nicht. Da muss noch mehr kommen, ey. Na gut, ich hab auch gerade einen da rein. Boah, du musst echt versuchen, besser zu fahren. Keine Chance gegen den. Ne? Ne, der hat mich wirklich so zurückgedrückt. Der braucht ja immer nur zwei Spells, ne? Dann war er durch. Aber weißt du, ich farm dann an den Gegnern. Das geht immer. Jo. Danke. Jo. 4-0 hab' ich auch schon. Ui. Wraves, don't be greedy. Ah, da bin ich nicht ganz drangekommen. Ich hab leider keine Ulti ab. Ja, das... Ja, das... Shit. Ich geh trotzdem weg jetzt erstmal, ja? Aber wie der Gravestone noch zwei weggeholt hat, ey. Ist ja lächerlich. Mist. Ich ruft nach mir. Ich rieche den Tod. Aber wie der Schreie empfie sich das? Ich rufe nicht so. Yaa. Ich rufe nicht. Ich rufe nicht. Ich rufe nicht. Diese Sprügel sind sie mir zu Hause. Ich rufe nicht. Ja, das ist mirzduch. Aber wie der Schreie empfie. Ich rufe nicht. Und ich rufe nicht. Das ist durch die kurze Strecke, aber ein kleiner Abitur. Oh, ein Arm im Moment. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Oh, hol die an! Ja! Saugeil! Ey, so ein Mist Standbild gehabt, ey, und das mitten im Fight. Okay, ich baue doch keinen Blutduster mehr. Ich halte mich viel zu wenig aus. Ich baue keinen Blutduster. Ich rieche den Tod! Ja, das wäre eben ganz anders gelaufen, ne? Nur ich stand da direkt neben dem Tower und ich denke, wir sind jetzt kaputt hier. Ich konnte meine Ulti nicht rauspfeffern, nichts. Da wäre sonst instant einer umgefallen. Das dann hat ja noch gut gesessen. So. Kann ich mir gleich Sonjas holen? Ich rieche den Tod! Ich wollte gerade sagen, dafür auch ich meine Ulti jetzt nicht raus. Ja, lieber aufheben, ne, wer weiß, wofür man sie noch brauchen kann. Oh, zum Beispiel für das Bootland? Nö, lass, 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 ich, puh. Ich, push einfach! Ja, ne, das ist auch richtig. Garen macht das eh alleine. Garen? Ey, nicht Garen Graves. Ah, Mann! Warst du zu schnell? Ja, wollen wir noch einen weghauen? Komm! Helfen wir weg, Si Ich komm da nicht raus! Oh Gott Ja, scheiße, noch 5 Sekunden bis zu meinem Dingens gehabt Aber, konnte ich nicht mehr rumlaymen Nice Ist auch aufm Video, die Szene Euer Team hat einen inhibitor zerstört Ja Will ich dich mal ein bisschen loben, ja? Oh, Marco Hast du dir verdient in dem Game? Warst du denn die letzten davor nicht, oder? Nein Nein Kaum lobt man ihn Alles deine Schuld, weil du mich gelobt hast Soll ich da entgegen gehen? Ich weiß es nicht Ja, mach mal Ich will noch ein, zwei Case für dich abspringen Ja, oder ich Ne, Dingens ist auch da Ist auch kein Case für dich Hehehe Nö Oh, wir haben alle leckten Oh, dieser Scheiß Ulti Wer hat meinen Blue-Buff geklaut? Der Graves Ich raste aus Ich raste aus Ich raste aus Oh, das ist noch nicht ganz Ne So ein Mist Habe ich voll mit gerechnet, ehrlich gesagt Hehehehe Oh, ich muss weglaufen Amomo ist hinter mir Die Magie Sie ruft nach mir Ah Umgedreht Damnit Hätte er mir einen Blue-Buff gelassen, hätte es gereicht Hehehe Leona macht das mal Drake Hehehe Leona macht das mal Drake Leona macht das mal Drake Hehehe Du brauchst aber ein bisschen Hehehe Dann schaffst du nicht, Mai Hehehe Hehehe Meinst du auch, schaffst du sie Ne, guck dir mal ihr Leben an Geht immer weiter runter Aber ich geh hin Hehehe Fack, Mann Eure Familie ermüden mich! Arsch jetzt! Bleibt es eure Familie! Das ist nur eine kurze Strecke, aber ein kleines Witz! Kommst du bitte mit, Baron? Ja. Erst als Team rumlaufen und den letzten Fall machen und gewinnen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich hoffe nur, dass mir hier keiner über den Weg läuft. Ich hoffe, mich macht gerade eher die Sorgen, dass die beiden gleich überrascht werden. Ja, ich habe auch keine Worte mehr. Aber ist ja so. Egal. So. Alle mit dem Finischen. Ich habe ihn hier. Ich hab ihn auf die Blut bekommen. Ja, ich habe noch DH, aber das ist auch wirklich. Das ist auch nicht so. Das hat sie mir geholfen. Ja, das ist ein Thema. Ich habe ihn mit mir. Genau. Oh Gott, mein Leben, ich hab zwölf Leben Oh ho ho Ja, und ich hoffe euch hat das Game gefallen Und wenn ja, schaut doch mal wieder rein In diesem Sinne, bis bald Euer